moin moin die leute seid gegrüßt herzlich willkommen zur neuen runde hier alles 19 nordrheinische marsch auf in eine neue saadwoche wobei es wird aller voraussicht nach die letzte saadwoche sein denn man sieht hier wir sind ziemlich ziemlich gut vorangekommen natürlich erstmal wieder zu beginn einer neuen aufnahme session zu beginn der neuen woche erstmal alles wieder einstellen naheliegend ist da feldarbeit einstellen gute fahrt so nicht drauf reingefallen wenn es oder nicht drauf reingefallen so denn der hier nehme ich mal als nächstes weil er hat natürlich ein bisschen mit das vorsicht bei dem wollen wir aber erster weg und bleiben einfach einstellen und wenn wir gleich mal gucken was für eine zeitkalkulation da drauf steht wie er lange er alleine dafür brauchen wollen würde dinkelfeld wird heute fertig heute folge ist vielleicht eine sportliche aussage aber mal schauen ich werde hier zwei drei vier fünf folgen aufnehmen mal gucken so für die woche bis zum wochenende so naheliegend ist da passt über den bestimmt eigentlich soweit nämlich noch der das ist schwierig bei denen ist jetzt echt schwierig zu wissen wo wollen wir die wieder ansetzen wenn das noch eine bahn ist dann die hier ja ich glaube das ist richtig und dann aber der wieder ja ich glaube richtig da würde er sich von hier wieder zurück arbeiten vielleicht zwei meter zu spät angesetzt kann sein dass in der mini lücke bleibt so zwei haben wir einen haben wir noch einen haben wir noch den würde ich mir auch mal kurz auch bei dem ist alles richtig ne und da erklär ich mir jetzt mal bitte den unterschied den ich noch nicht verstehe so ich glaube ach so also einmal die lücke hier schließen geschafft und jetzt würde er hier rückwärts hin fahren und ich glaube dann müssten wir hier weiter machen und hätte er auch die richtige bahn und dann arbeiten die sich ein bisschen zu ein bisschen zumal ich der fendt und und er hier aber einstellen erst mal nehme ich die wieder raus ich glaube ich bin tatsächlich nicht bei einem fahrzeug darauf eingefallen oder mal sehen er ist angefangen baumwolle zu pflanzen auf dem feld 4 alleine würde er vier eineinhalb stunden brauchen aber uns ging es also ich möchte hier wie ich schon sagte das einfach noch mal schön vorbereiten so krass ein bisschen dünner verbrauch ist da aber geht noch da wird wohl der nächste sein der dazu kommt er hat noch drei bahn kurze bahn aber das ja also da wird ihr wahrscheinlich aussagen kommt schmeißt den kurz raus wenn man hier sieht die die ecken der händen wie schlampig die gearbeitet worden sind hier also nicht für nicht schön kann ich auch sein dass er jetzt nachher gleich dann die nächste bahn wird fast so als wäre es die bahn der fendt fährt aber vielleicht nimmt auch die andere wir werden sehen dass wir immer ein bisschen beobachten der ist dann auch gleich fertig das ist der muss noch dieses gleiche ist natürlich bei dem über übertrieben aber bis hier muss dann noch und jetzt auch fertig also wir werden gleich drei fahrzeuge da drüben haben er hat die richtige bahn aber auch gut das ist ein heiß gefällt mir kurz sortieren hier am blick please holen sie nein und ist das sowieso dann da soll er am spiel man hört 50 48 vor allem versuch gerade so 56 streifen sie das noch er hat jetzt diesen streifen fährt dadurch das ist auf jeden fall schon mal halbwegs passend inzwischen den abschnitten hier klafft eben noch lücke muss man dann noch mal gucken gab ihn an pro post so weiter geht es kleiner kloß im hals hier gerade kurze pause achtung schnitt zwischen gewesen da hat nur auf pause gedrückt in der aufnahme musste schnell mal einen schluck wasser trinken ordentlich husten wir irgendwie hier wollte die stimme schon wieder abhauen das ungünstig ja manchmal so nicht so das passt auch gut der zweck bevor der andere da ist optimal alles alles gut wird jetzt eigentlich auch in ruhe weiter arbeiten lassen und kann noch mal gucken ob wir erahnen können wo er hin will tja alles noch nicht so ganz muss ich sagen na gut dahin dass wir aber passen da würde sich eine reihe nehmen die noch nicht ist ja der wird noch ein bisschen brauchen um diese ecke noch zu erledigen dann haben wir den nämlich erst am erst dran guck abfahrer entlassen zusammenklappen bin ich jetzt noch nicht so der freund für groß einmal löschen das glaube ich nur die eine ecke wo ich noch mal kurz das ein bisschen nach arbeite wir könnten mit dem einmal schnell zum hof rasen und dünger ach das ist lohnt fast nicht aber 20 prozent saatgut könnte sie nachher lohnen bei dem großen feld warum wollte es nicht so ich war brauche nicht so viel aber da das feld ziemlich groß ist nicht nachher wohl ja als wir den kurs wieder laden müssen 48 51 Warte schon mal anpflanzen drin. Obwohl, ja ich muss mal gucken. Wir füllen jetzt erstmal auf, fahren gleich zum Feld. Würde wir jetzt auch nicht unbedingt zum Feld 48 schicken, sondern dann ja eher, ups, ups, oben zu dem Zentrallager oder hier ja zum Silo. Nur noch 41.000 Liter Saat oder wir haben ganz gut was verbraucht tatsächlich. Und die anderen müssen ja auch noch voll gemacht werden und davon wird natürlich dann auch der Lea, der Überladewagen. So, voll, voll. Ich dachte gerade, es wäre nämlich auch sinnvoll gewesen, tatsächlich eine Ladung Saatgut und eine Ladung Dünger mal da ins Silo zu bringen. Könnten wir eigentlich auch ruhig machen. Dann müsste man das Eich gleich mit dem LKW machen, weil der kleine hier, der lohnt Eich nicht. Aber ich glaube, der eine ist noch, steht hier noch rum, oder? Gut, mittlerweile muss der den Rest abgeben können, oder? Dünger. Ah. Aber es ist natürlich dann fast ein bisschen viel Dünger. Hof. Das ist mal Produktion, ne? Dünger beladen, da könnten wir jetzt erstmal hinschicken. Der hat Feierabend. Ich würde jetzt auch hier schon rausnehmen. Aber der hat halt wenig Dünger, ne? 21% nur noch. Letzten Streifen lassen wir übrig. Ja, das wird ein bisschen, das wird wahrscheinlich eine Folge Vorbereitung dauern hier das Ganze. Dann gleich kommt der 10,50. Der kann dann auch hier mit schon fahren. Der hier sollte vielleicht noch, dann nochmal warten, bis er nochmal Nachschub kriegt. Und der ist nochmal Treffpunkt der Seemaschinen hier auf unserem großen Feld. 48,51 für die Baumwolle. Der letzte Akt. Und dann haben wir einen Ingame-Tag komplett gesät. Ich weiß wie gesagt nicht mit welcher Folge wir mit Seen angefangen sind. Ist jetzt wie gesagt 10 Folgen, 15 Folgen. Auf jeden Fall einiges zusammengekommen, aber ist natürlich klar bei der Menge. Ich weiß nicht, wir haben... Sorry. Achso. Die Stimme will schon wieder weg. Aber wir haben hier 45.000 Saatgut und wir haben auch 28.000 Dünger. Das ist doch nice. Vielleicht zumindest um den ersten hier zu füllen. Dann können wir den gleich los schicken, oder? Damit wir die drei Vorgewände rein möglichst schnell fertig kriegen. Jetzt wird auch noch reichen für noch eine weitere Seemaschine. Da haben wir echt Glück. Sehr nice. Wie weit ist der Xerion schon? Immerhin. Eine Hälfte. Circa. Nur 10,50 kommt auch gleich um die Ecke. So. Machen wir erstmal... Kein Kurs drauf. Das ist schon mal gut. Bilder anpflanzen. 48,51. Drillen 15 Meter. War so schnell geladen, weil der eine schon mit der Route fährt wahrscheinlich. gar nicht. Der Baumwolle noch einstellen wäre auch hilfreich. Da wird sehr, schön aus. Der Baumwolle noch nicht mehr durchführen. Die Maschinen aus dem Meerwolle ist. Es ist ebenso und ist gespielt. Das ist übrigens nicht sicher. Aber es wird auch wieder. Freiwillige Wolle noch nicht mehr durchführen. Es war es! passt gut und hier kommt gerade um die ecke der next one nach wie vor heißt es ja das letzte feld nächste folge haben wir alle den maschinen hier zusammen dann wie gesagt wird es eine kurze formations flug von allen zusammen und dann werden sie aufteilen mit standardteil von unterschiedlichen ecken und immer schauen wie schnell wir das hier angepflanzt kriegt glaubt schon dass es ziemlich schnell gehen wird wir brauchen natürlich doch ein bisschen mehr dünner so wie es von der färbung aussieht siehungen hängt irgendwo da kommen wir gleich der wird natürlich wahrscheinlich gleich schon in der ersten ecke gleich schneller sein wollen als der als der andere als der die arbeiten perfekt auch echt gleich alle fertig super nice jetzt wollen wir nicht mehr auf naheliegendsten sondern auf zwar nicht mehr auf ersten auf naheliegendsten brauchen wir jetzt so natürlich keine lust auf dem gleich weiter zu warten dann schicken wir den jetzt hier logischerweise durch weil der wird das ist ein schöner vergleich eigentlich mal die außerbahn ist ein ganz bisschen größer leute aber ich glaube trotzdem das wäre ein schöner vergleich gucken wir uns in der nächsten folge an ich danke fürs zuschauen wenn es spaß gemacht hat lasst gerne like da vielen erfolgen und support bis zum nächsten mal da 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 da